Ich komme in Maybach vorbei und bin wie Römmich, ich darf und ich hab Ayausstein. Regel Nummer 4, du bist erst ein krasser G- Was geht ab Leute, Scharf Benga hier. Ja, wie schon gesagt, ist Eden vorbei und ich habe hier einiges an rekonstruieren. Fangen wir mal mit Dawn an, Morgendämmerung, also zuerst mal, was man am besten bei ihr haben sollte. Von Fähigkeiten her kann ich auf jeden Fall Efficient Treatment empfehlen. Das heißt, die Heilung, die sie hat, wird um 15% verstärkt und sie heilt einfach jede Truppe, jede Runde. Das ist halt echt gut. Und allgemein einfach Fähigkeiten, die zum Beispiel ihre Verteidigung verbessern oder wenn sie verstummt, also im CC ist, dass sie dann eine erhöhte Verteidigung hat oder was weiß ich. Hier zum Beispiel Endless Trial, das hier. Jedes Mal, wenn sie sozusagen Schaden erhält, erhält sie 5% mehr Angriff und Verteidigung. Wenn sie zum Beispiel in der Mitte positioniert wird, dann ist das ja die ganze Runde. Das ist halt schon sehr, sehr gut, also wenn sie das dann hat. Oder, also HP ja sowieso oder Self-Defense und Instinct. Ja, solche Sachen einfach. Allgemeine Attribute, sage ich mal, wäre optimal Gruppenverteidigung, Verteidigung Gruppentaktischer Angriff. Einfach aufgrund dessen, normalerweise wird ja Dawn mit Scarlet Sirin, also Schalachrotes Seemonster, Scorpion und Dawn gemacht. Das wäre die Kombination hier. Hier der zweite APC. Und da ist auf jeden Fall taktischer Angriff optimal für Scarlet Sirin und für Scorpion. Gruppentaktische Verteidigung ist ohnehin immer ganz gut. Und ja, Gruppenangriff ist okay. Kann man nehmen, ist jetzt nicht schlecht, aber es ist auch nicht überragend. Joa, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Und ich würde auch direkt damit anfangen, versuchen irgendwie ein goldenes Attribut zu bekommen oder zumindest ein ordentliches Lilan ist, was man halt verwenden kann. Direkt mal loslegen. Ne, das ist Schrott. So, auch Schrott. Ja, Schrott. Okay. Also, dass ich da mal was Gescheites erhalte. Ich werde auch nicht mehr als 2000 von diesen blauen Kernen verwenden, weil das ist mir dann auf Dauer zu teuer. Joa, ich kriege nichts Gescheites. Come prepared. Ja. Nö, nicht gut. Naja, dann muss ich halt hier jetzt das machen. Schauen wir mal. Oh, ein Skill direkt, aber. Ach ja. Gut, jetzt kann ich ja hier nochmal das machen. Endless Trial. Boah, das kann man nehmen. Ist zwar nur blau, aber zumindestens verwendbar. Aber ich werde es nicht speichern oder fixieren, sage ich mal. Ich werde es jetzt einfach weitermachen. Ach so, ich werde jetzt nicht jedes Mal eins anklicken, sondern hier das Intelligente nutzen und auf goldene Attribute hoffen. Ne. Ach. So. Ja, nehmen wir. Das nehmen wir. Oder? Jetzt überlege ich gerade. Die wird eigentlich hinten gesetzt. Wenn ich sie in die Mitte platziere. Ja. Warte mal, warte mal. Was mache ich denn jetzt hier überhaupt? Speichern. Genau. So. Ich nehme es jetzt einfach mal. Ja. Äh. Doch, ich nehme es. Ist gut. Dann machen wir das Ganze weiter. Erstmal hier das. Aha. Ja. Ja, das ist jetzt auch nicht so besonders, aber gut. Können wir ja speichern. Und einfach weiter rerollen. Müll. 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 Nehmen wir. So. Jetzt wird es teuer. Jetzt wird es teuer. Guck mal, wir machen mal hier das. Oh. Kann man nehmen. Wobei 5% ist nicht viel, aber egal. So. Müll. Müll. Komm. Ein goldenes Attribut. Damit es nicht so teuer... Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Wie teuer ist das? Verdammt. Alter Falter. Also das ist ja richtig teuer. Fuck. 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 Sorry für die ausfallenden Worte, aber kennt ihr das manchmal? Ich hatte 1000 Polymerkristalle. Zwei ganz solide Attribute. Dann kommt das dritte einfach Angriff. Angriff auf Morgendämmerung, die sowieso keinen Schaden raushaut. Das bringt doch gar nichts. Oh Mann. Ja, weißt du was? Ich... Ja. Ich nehme das jetzt einfach. Ist mir kackegal. Weil ich mache jetzt auch nicht mehr weiter, weil es ist mir zu teuer. Ich brauche ja noch ein bisschen für andere Helden, weil es ist einfach zu teuer, die Kacke. Verdammt, Mann. Ey, das regt gerade so auf. Ne, egal. Es ist, wie es ist. Dann war es das auch. Also Gruppen, taktischer Angriff wäre zum Beispiel viel geiler gewesen. Oder Gruppenangriff wäre zumindest besser als das da jetzt. Ja, aber was soll's. Kann man nichts dran ändern. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sorry für die ausfallenden Worte. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Und falls ihr rekonstruieren solltet, viel Erfolg. Peace. Ich wünsche euch auf jeden Fall. Vielen Dank.